Linde, du machst eine sehr gute Figur! Auf sicher! Säle! Kommt gut, oder? Super Statist! Weltklasse! Und du fühlst dich auch wohl? Ja, meine Füße fühlen sich nicht mehr so wohl wie auch schon. Verständig tanzen in diesen hier. Nein! Füße! Scheisse! Machst du es frei? Habt ihr Spass? Natürlich! Prost! Cheers zusammen! Cool seid ihr rübergekommen! Wir machen nur eine Musikszene. Dann kann man etwas bewirken, dann kann man nicht bewirken. Die macht wirklich tierisch gut. Gute Figuren. Schön könnt ihr tanzen, super! Müssen wir morgen arbeiten? Nicht? Gehen wir mal in die Schule! Müssen wir aufstehen? Nein! Nein! Die redet schön! Ich auch nicht! Wie läuft es da oben so? Ja, wir haben ja ein Blind Date. Wir fahren erst schon abgehauen. Ist es gegangen? Ja! Schön! So lustig! So lustig! So lustig! Ja! So lustig! So lustig! Ja, sie wissen noch nicht so recht, was sie jetzt genau zeigen wollen. Aber sie wollen eigentlich etwas zeigen. Was machst du Steve da unten? Ich bin der DJ heute Abend. Bist du der DJ? Er ist unter der Steg, gell? Ja, weisst du. Und er kann morgen... Oh, sie können den Text schon, die guten. Wunderbar! Sie können schon besser als jetzt. Ich verstehe aber kein Schweizerdeutsch. Ich habe nicht gut Englisch. Are you happy here? Are you happy here? Hölle gut! Super! Es ist hölle gut! Hölle gut! Ich weiss einfach noch nicht. Ich weiss nicht, was das für ein ist. Ob es etwas versorgt ist und so. Jetzt kommen sie noch von Armee. Wollen wir jetzt noch einen Krieg führen? Ja, ich denke ich weiss nicht. Wir haben erst etwas mühsam. Soja, ich habe nicht so grosses Bett und so. Marina, willst du auch noch etwas dazu sagen? Mein Bier ist leer. Weisst du, es ist ganz kuschelig und warm. Ich kann dir auch ein Video schicken. Chris! Chris! Wie läuft es? Wie findest du es? Es kommt gut, oder? Ja, es kommt gut. Ich habe vielleicht auch nicht zu wenig Zeit. Aber ich hoffe, wir kommen heute. Ok. Ok. Super. Ok. Die Zeit ist immer das Problem. Das kennen wir schon. Wir haben die Produktionen. Ich werde sie wieder werken lassen. Micho, wie siehst du es? Du meinst Nintendo 64? Ja, Marco. Doch schon, oder? Geil. Ich verliere gerne. Ok. Ja, das habe ich am Anfang auch gerne. Das ist echt geil. Ich mache etwas Scherf-Orbe hier. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Hier in unserem Set Opusi. So, jetzt gehe ich zum Chef. Wie läuft es? Wie findest du es gut? Oder findest du dich gieren? Sie machen nur noch Krach und scheissen an. Und die drei jetzt sind... Ja, das ist etwas unprofessionell. Das ist etwas unprofessionell. Ah, Statist-Väter. Statist-Väter, oder? Es ist ganz wichtig, dass wir nicht zu nahe in die Kamera gehen. Ja, ja, ja. Nein, nein, die machen alle einen super Job. Ich meine, alle. Was ist deine Aufgabe eigentlich? Du darfst ein wenig Statist-Väter pflegen, oder? Nein. Jetzt können wir auch ein 90er Film. Boah, ich hoffe schon. Ja, das Bild reicht schon. Cheers. Cheers! Danke. Wie ist das noch ein? Nein. Nein. Ein Bier. Ein Bier? Nein. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist der? Hallo, Marc, wo ist er? Hallo. Das ist ein... Wo... Ja! Scherbill! Jetzt ist es genug!